Ich war in Gefahr, ich verspür noch zwei Minuten, was sie sind. Aber ich will dir auch sagen, dass sie immer fern mit euch fahren, dass sie eben alle sehr sicher fahren sind. Das ist mit der Gäste. Ich bin zu, ich war nicht übertrieben, dass ich da geschaut habe. Das ist von mir ein Reflex. Ich bin nicht der Ort genügt mehr, gell? Nein, ich verstehe es voll. Ich brauche mir jetzt auch dort ein paar E-Wengen. Wiederschauen. 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 Der nächste Woche war der wieder beschäftigt ist die Gäste. Ist der ein Oltere auch? Der ist gar ein Oltere, auch, die sehr gut beweisen wie es mir vorkommt ist, dass sie schon wirklich auf diesem Block sind. Ich glaube nicht, dass man in zwei Monaten so sich und so sind nicht. Er konzentriert, weil die Papa sage, das geht nicht. Hat er das also gesagt? Er hat gesagt, ihr seht nicht Papi so halten. Das habe ich gar nicht gehört. Darum sage ich, dass ich keinen Nähl in meinen Puzzlein zu bringen, das darf man nicht. Voll stimmt, ich darf mich angeschaut, das darf ich nicht, aber wenn, dann... Ist dein Andere auch? Ich weiß es. Also du hast einen Zahn in Leid. Das ist das erste Mal, dass er etwas sagt, das erste Mal. Ich habe noch nie etwas Negatives gesagt, noch nie. Oh, jeder kann nur, dann kriegst du drei Punkte. Nein. Jetzt haben die anderen schon gesagt, ich werde auch noch geheimer, die anderen schon fährst. Ja, schon. Geht bis die Andere aus? Sicher. Weil es überlebt mich, dass sie deswegen anders sagen, als wir. Die schauen mich auch so. Ey, drum, das irgend andere telefonieren, damit man selber... Ich kann selber jahrelang den Bus wegfahren. Die haben, die telefonieren nicht. Die essen nebenbei, die haben alles nebenbei. Nein, es ist wirklich so. Und wenn eine Frau... Die, wenn wir, ist halt jetzt sofort gekommen. Was? Was? Was machen wir? Es ist halt so, was machen wir? Wir haben nicht diskutiert. Ich meine, wir haben viel speitert. Ich habe auch gesagt, die Diskussionen im Bus. Und vor allem, was? Ich habe gesagt, das hätte jemand gewusst schon wieder sehen. Aber es ist... Über 100 Mal beim Fußball. Ich bin wahrscheinlich 30 Stück. Aber okay, aber super. Ich will studieren. Ich habe gesagt, jetzt meistens, dass man wurscht, wenn ich mal früh komme. Ich weiß nicht, aber das interessiert mich nicht. Aber es ist meiner Meinung nach... Über 7? Ich habe vielleicht nicht auch immer noch geschaut. Ich habe nicht schon wieder in den Stimm schauen. Wenn man da drüber rein reagiert, ich gehe schneller. Später. Das ist viel zu. Das war vielleicht... Du, ich weiß nicht. Du bist sicher. Ich bin sicher, dass wir dann noch schauen wollen. Wenn wir nach.